So, also noch einmal, wie wir das gemacht haben. Wir machen mal zusammen. Und zwar, wir sind im Latzer. Wir haben genau das gleiche von vorhin gehabt. Das bedeutet, wir sind hier im Fußkontakt. Wir laufen, wir laufen, ich mache den Fußkontakt los, er gibt mir den Tritt. Beide Hände runter, Ketten vom Schuss rein. Perfekt. Dann haben wir außen nicht Kontakt. Warum? Weil ganz einfach draußen, ja, was weiß ich, irgendwo auf der Straße schwimmen, Bruder, komm, ich habe es drückt mit dir. Und das wird nicht passieren. Aber was passieren wird jetzt, hau ab, bleib da stehen, was willst du, hast du ein Problem? Und dann gehst du vor und dann tritt rein und vor. Genau. Was wichtig ist, dankeschön, ganz kurz hier, was wichtig ist, eins, und zwar, da wo ihr hingedrückt werdet, da bleibst du auch. Hände hoch, dass du nicht den Harry oder den Deppschwie suchst, ja, Hände hoch, und da bleibst du. Und fangst dann an, irgendwie von hier zu springen, nach vorne, weil der Gegner, wie laufe ich zu? Ich bin der Gegner, ich nehme dir Schaden. Das bedeutet, ich, Hände runter, du, 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 boom, Nase kaputt. Ich, ich, er, er verteidigt sich. Hände vor. Also warum muss er vorgehen? Ich komme vor, tast mich heran, irgendwann ist seine eigene Zone, wo gefährdet ist, wo er sagt, okay, da muss ich angreifen. Langsam, das ist das Maximum, also da müsst ihr, ja, und das ist das Minimum. Das heißt, wenn er den hinteren tritt, nicht den vor, wenn den hinteren nimmt, trifft er mich. Okay? Und da nimmt er die Zone, das ist dieses Dreieb, was wir mal reden, oder dieses magnetische, er kommt rein, bumm, Hände rein, Kettenpausch, los rein, okay? Das alles klappt sehr schön in der Theorie, wie im Dschung und Dschung, aber die Leute sind mal hier, mal seitlich, mal sind sie so, ja, die sind nicht. Hände vor, er gibt mir den Tritt, beide Hände sind oben und dann rein. Mal ist die Hand hier, das, ja, oder, da, recht ist Hand, ja? So, da muss er mit einer Hand runter, Gamm und Faustus vor, oder er muss Gamm, äh, Pack und Pack verlängern, so, dass er weiter hat, dass es wieder hier geschlossen ist. Denkt aber daran, der Tritt ist von unten, von unten bitte, in die Eier reingegangen, zum Beispiel, okay? Ja, also der Sascha ist hier, oder von mir aus hier, stoppe mich, komm, er hebt das durch die Uhr, kommt auf dich zu, und da ist er, das ist dieser Tritt, was ich brauche, okay? Ob er jetzt in die Eier geht, in die Knie schaltet, das ist wichtig, ich darf aber nicht das machen, das ist der Fehler von dem Meister, ich erschöpfe mich, und dann wollen Sie hier, auf dem Master Yip Mahn, und dann verpassen Sie das Momentum, und dann kriegen Sie das aus dem Auer. So, der andere Koppel, wo das wieder macht, ist hier drin, und dann sowas reinschmeckt, oder so, wie Super Mario reinschmeckt, das ist falsch. Da, wo der Machine kloppt, lass mich in Ruhe, und dann bin ich da, okay? Das ist wichtig, dass Sie das kapieren, okay? Und immer Kontakt an den Mann, alles klar, los geht's, Spaß, Prost.